Nach dem Motto, lasse deinen Hund mitdenken, freies Formen eines Verhaltens. Unsere junge Boxerhündin ist eine sehr verfressene und neugierige Dame. Zuerst starten wir mit der Konzentration und klickern das ab. Dann bietest du deinem Hund das Objekt an, das er bringen soll. Sobald er es genommen hat, warte ein wenig. Wenn er es fallen lässt oder ausspuckt, kannst du es mit einem Abbruchkommando markieren. Lass ihn den Gegenstand ein wenig halten, dann klickere und belohne ihn mit einem Leckerchen. In dieser Phase ist es wichtig, deinen Hund denken zu lassen. Lasse ihn mitarbeiten und schaffe damit die Idee, dass er es selbst erfunden hätte. Wenn dein Hund am Anfang noch ein wenig unruhig ist, leiste einen sanften, angenehmen Support mit deiner Hand unter dem Fang. Gerne kannst du drei bis vier, maximal fünf Wiederholungen machen und dann hörst du auch schon wieder auf. Wenn es am schönsten ist, darf das Training auch beendet werden und am Ende gibt es natürlich den Jackpot.